Seekräuter Zusammenarbeit von World of Warships eben mit Azur Lane wurde verlängert und wird neu aufgelegt, erweitert und zwar werden wir neue Inhalte ins Spiel bekommen demnächst und das besteht dann aus acht zusätzlichen Kapitänen, hier nämlich Atago, Yuki Kaze Prinz Eugen Montpellier, Dunkirk, Kaga Azuma und Neptun Die Kapitänin Azuma, die könnt ihr erspielen und zwar in einer separaten Sammlung die hier unten eingeblendet wird, jetzt von mir gerade die hat sechs Seiten und jede Seite muss sechs Gegenstände gesammelt, für jede Seite muss sechs Gegenstände gesammelt werden und am Ende gibt es eben die Azuma Kapitänin on top, ist natürlich auch ganz passend, gerade hat die Azuma gerade erst ins Spiel gekommen ist somit kann man dann sozusagen darauf aufbauen Ed wird auch noch einen zusätzlichen Hafen geben und der Hafen sieht dann so aus wie so ein Wohnzimmer, komischerweise ich denke mal die Fans der Serie wissen genau was das ist und wohin das geht schreibt mir gerne in die Kommentare warum das so ist was da vielleicht dahinter steht wenn jemand Lust und Zeit hat da lerne ich ja gerne dazu und lese mir den Kommentar unter diesem Video eben gerne mal durch außerdem wird es auch eine spezielle Musik geben die speziell an diese Azur Lane Geschichte hier angepasst oder angelehnt ist das soll aber noch nicht alles sein es werden nämlich auch Schiffe hinzugefügt werden nämlich einmal die Yuki Kase in der Azur Lane Tarnung oder in der Azur Lane Aktion wie auch immer das wird dann wahrscheinlich im Premium Store kommen oder man kann sich die für Dublonen irgendwie holen oder wie auch immer das wissen wir jetzt noch gar nicht so ganz genau aber ja die Yuki Kase kommt da rein und dann gibt es noch die Montpellier die hier auch in der Azur Lane Variante verfügbar sein wird somit wissen wir auf jeden Fall schon mal dass es die beiden Versionen gibt ob es dann noch eine Standardversion von den Schiffen geben wird ist natürlich nicht 100% safe würde mich aber wundern wenn die Schiffe nur für die Azur Lane Variante da sind weil dann das Publikum das potenzielle Brauchpublikum sich ja irgendwie doch nochmal minimieren würde weil nicht jeder von euch da draußen das weiß ich ja liebt diese ja Manga Optik sozusagen und deswegen ja ich denke mal das wird auch als normale Schiff noch irgendwie ins Spiel kommen eine Preview Version von den beiden Schiffen werdet ihr demnächst bei uns hier auf dem Kanal finden da werden wir uns mal ein bisschen mit den Werten der Schiffe der Schiffe auseinandersetzen und die versuchen so ein bisschen einzuordnen wo gehören die hin was für Aufgaben könnten die haben solche Sachen Video soll auch dann jeweils nur so knapp 10 Minuten lang werden maximal so wie heute diese Flaschenpost denn wir haben eigentlich nicht so super viele weitere Informationen noch für euch außer das was jetzt als nächstes kommt denn das hier ist ja noch eine wichtige Sache ihr habt es vorhin schon vorne gelesen WOWS Codes und da möchte ich nochmal darauf hinweisen heute erschienen beim Computec Verlag die Ausgabe von BAFT und diese Zeitschrift ist nicht ganz kostenlos aber der Gegenwert den ihr dafür erhaltet ist es wert meiner Meinung nach und deswegen möchte ich euch zumindest einmal erzählen ob ihr es nachher nutzt ist allein eure Sache ich werde ja hierfür die Werbung auch nicht irgendwie bezahlt oder irgendetwas gar nicht ich möchte euch einfach nur darüber informieren dass es diese Version eben aktuell gibt ihr könnt die dann über den Link den ich euch zur Verfügung stelle oder den ihr hier bei der Facebook-Seite finden könnt könnt ihr da eben hingehen das ist der direkte Link da ist keine Kooperation irgendwo dahinter und da gibt es dann eben zwei Codes und zwar ein Code für Neueinsteiger und die Neueinsteiger bekommen hier die Deutschen Zerstörer Deutschen Kreuzer und der Deutsche Schlagschrift der Tierstufe 3 ein Hafenliegeplatz sieben Tage Premium Spielzeit und 200 Dublonen on top und diejenigen die schon Bestandskunden sind also die schon lange die Weltmeere befahren bekommen auch etwas und zwar Yubari als T4 Premium Schiff ein Hafenplatz 20 Promotarnungen für Team Feuer oder Team Wasser drei Tage Premium Spielzeit und 200 Dublonen ja also das ist auch möglich ich habe vorhin einen Code eingelöst da hat das soweit fast alles funktioniert die Yubari hatte ich nämlich schon aber ich konnte jetzt entweder habe ich nicht vernünftig aufgepasst aber ich konnte jetzt nicht erkennen dass da mir für irgendwie Dublonen oder Credits gut geschrieben wurden ich weiß nicht genau wie das ist bei dem Bonus Code wenn man da schon die Schiffe hat ob man die dann nochmal trotzdem als Belohnung in Credits bekommt oder eben nicht da bin ich mir nicht ganz sicher also nicht diese Zeitung kaufen wenn ihr nur den Bonus Code haben wollt und dieses Schiff schon habt ich weiß nicht ob es dafür eine besondere Belohnung gibt die Dublonen wurden wir gut geschrieben die Premium Spielzeit der Hafenliegeplatz und die Promotannung die habe ich bekommen ja also das ist so meine Erfahrung die ich jetzt schon mal weitergeben kann dann gibt es natürlich den ultimativen Flugzeugträger Guide hier der sich dann mit einigen Sachen beschäftigt und zwar mit den Nationen jetzt hier die Briten die Japaner die Amerikaner und die Deutschen dann gibt es einen Taktikguide was für welche Schiffsklasse wichtig ist wenn die Weltraumschlachten nochmal vorgestellt also in der ganzen Sachen also ihr könnt euch das hier ich denke mit gutem Gewissen gerade Neuankömmling hier bei World of Warships oder Kapitäne die schon ein bisschen an Erfahrung haben für die ist diese Sache möglicherweise etwas ich glaube die ganze Geschichte hier kostet 5,99 und ja ihr werdet das kann ich euch jetzt schon sagen in der nächsten Zeit irgendwann mal einen Bonus Code bei uns gewinnen können also die Jubari in Hafenliegeplatz Promotarnung 3 Tage Premium Spielzeit und 200 Dublonen die wird es in dem Bonus Code geben in der Hoffnung dass natürlich bei euch auch alles gut geschrieben wird weil ich habe genau zwei Versionen davon gekauft eine für mich selbst und eine habe ich für euch gekauft die ich dann demnächst ja vielleicht Ostern möglicherweise verlosen werde ja und dann kann man auch sagen wir haben noch eine Kleinigkeit und zwar haben wir hier schon mal eine Preview-Vision der Georgia veröffentlicht und zwar vor kurzer Zeit erst haben wir uns mal ein bisschen mit der Georgia auseinandergesetzt was das Besondere von dem Schiff ist und da auch so ein bisschen verglichen wo wir dieses Schiff einordnen können und so weiter und da soll so ein bisschen ein Vorgeschmack sein für die Montpellier und die Yuki Kase die ihr demnächst bei uns auf dem Kanal eben auch euch einmal anschauen könnt in 3D im Hafen also so wie als ob ihr euer Schiff selber auswählen könnt so gehen wir dann halt ein bisschen durch die technischen Daten durch außerdem wie gesagt eben schon die Azuma ist rausgekommen in den letzten Tagen haben wir euch eine Ausgabe von unserer beliebten Reihe im Trockendock gemacht wo wir euch das Schiff wirklich ausführlich vorstellen zur Geschichte alle technischen Daten dann auch vergleichen mit der Alaska und dann auch eine Skill Empfehlung aussprechen und meine persönliche Pro und Contra sowie ein Empfinden zu dem Schiff ist es das wert oder ist es das nicht wert ja schaut es euch einfach an wenn ihr Bock habt wenn ihr noch nicht euch entschieden habt ob ihr die Azuma für eine Million Free XP oder für 65 Euro im Store holen wollt schaut dieses Video ich glaube das wird euch weiterhelfen das ist zumindest meine Meinung so und in dem Sinne möchte ich einfach sagen vielen vielen Dank für eure Zeit jetzt sind es 7 Minuten 53 ganz kompakte Informationen also in dem Fall lasst mir gerne konstruktive Feedback da Daumen nach oben da lassen ein Abo da lassen wenn es euch gefallen hat und das weiterempfehlen nicht vergessen ich danke euch für eure Zeit jetzt wiederhole ich mich in dem Sinne ciao ciao viel Spaß noch haut rein ciao 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 See you out.